In der Ukraine. 9,862 sind zu übertreffen. Sie ist nur 1,46 Meter groß, 38 Kilo. Aber sie hat Ausdruck in ihrer Bewegung. Und auch in der Akrobatik steht sie, Svillana Falkina, um nichts nach. Ein völlig anderes Ding. So, jetzt noch ein Feuerwerk. Liliya Botkopeva aus der Ukraine. Also, wenn Sie mich fragen. So, jetzt kann ich den Hüterkirchen.